Hier seht ihr Mati Kurpa aus Finnland. Er zeigt seinen Signature Trick von 1999. Er ist ehemaliger Weltmeister und X-Games-Medein-Gewinner. Und ich möchte den Trick unbedingt erlernen. Was ist denn, Freunde? Gib mir Tipps für deine Signature. Mega-Spin, Flipping zum Exerkel, bitte. Knife-Course, vorwärts, jump. Ja. Ah, das. Oh, ja. Ich bekomme den Trick einfach nicht hin. Aber kein Aufgeben, kein Rückzug. You focus on the jump and jump forward a little bit. Boah, das wäre jetzt so nice, wenn ich diesen Trick schaffen würde. Was für ein geiles Gefühl. Schreibt mir in die Kommentare rein, welchen Trick wir als nächstes zusammen rocken. Das war so dr here. aber können ja eine Weile teilnehmen. Vielen Dank.